Hey, ähm, gut, dass du da bist. Charlie, mein Dad, freut sich, wenn ich auch was mit normalen Leuten mache. Ja, ich dachte, du setzt dich einfach. Die schwingen. Ja, ich schätze, das könnte ich machen. Ich habe nicht so viel Make-up, weil ich schmink mich nicht. Aber ich gucke mal. Ähm, ich habe, ähm, oh Gott, ähm, ich habe, ähm, Foundation. Ich, äh, träg dir was auf. Ruhe. Und du bist du aus der Umgebung. Oh Gott, oh Gott, das tut mir so leid. Oh Gott, sorry, sorry. Oh Gott, klar, warte, lass mich jetzt ein bisschen. Okay. Noch rieche ich ein bisschen. Bleib voll schick. Ich bin aus dem, ja, da wo die Sonne immer scheint. Ja. Ja, ja, ich bin trotzdem ziemlich weiß. Ja. Also, die schminken, ja, ich schmink dich weiter. Ähm, also, ich habe auch nicht so viel Make-up-Zeug. Ähm, Labello. Oh mein Gott, das ist schon wieder runtergefallen. Ähm, oh mein Gott, sorry, sorry, das war deine Augen. Oh mein Gott. Ähm, ich habe dir ja gesagt, ich hätte dich vielleicht besser nicht schwingen sollen. Sorry, sorry, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich das mache. Sorry. Ähm, nein, ich habe auch nichts, damit du das wegmachen kannst. Ähm, ich mache einfach... Sorry. Ähm, ich probiere es nochmal. Ähm, oh Charlie freut sich wirklich sehr. Und da bist du und ich, ähm, auch was wir danach machen. Ja, ja, ja. Nein. Nächst. Ich habe nur nachgedacht. Nein, nein, an niemand Bestimmtes. Nein. Ähm, ähm, das hier habe ich noch. Es ist wirklich nichts. Ich habe an niemand Bestimmtes gedacht. Sorry, sorry, kommt wieder dein Auge. Ähm, ich mache es mit den Ärmel. Sorry, das ist keine gute Idee, dass ich sowas mache. Sorry, das ist keine gute Idee, dass ich sowas mache. So, ja. Ja. Nein, ich denke nichts Bestimmtes oder an niemand Bestimmtes. So, ja. Mhm. Jesse hat mir erzählt, sie benutzt immer sowas. Ähm, genau, Mascara war das. Ähm, muss man nach unten. Und dann einen Druck nach oben. Ja. Blick, 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 Blick. Ohne Zwischenfälle. Kleiner Erfolg für mich. Ich. Ich hab noch so was, ähm, in die Wange. Nein, ich esse nichts. Blech, 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 Blech. Der Schulball. Ne, ich geh da nicht hin. Ich bin an dem Worn in den Vor. Ein Florida, bei meinem Amor. Ja. Ne. Ich kann auch gar nicht tanzen. So Schulbälle, das ist einfach nichts für mich. Ne. Das hier ist noch für die Lippen. Aber ich und die anderen, wir gehen jetzt ins Reservat. Ja, an die Küste. Ja. Vielleicht magst du ja da mitkommen. Ja, ins Reservat. Hast du dich nicht? Ja. Ich dej wenn sie dahin. Es soll sie ein bisschen mehr gel입니다. Ja. Ja. Ich hab sie versucht. Ah! Ich hoffe... Ich hab noch so eine Farbpalette. Welchen Ton willst du? Okay. Ich glaub den würde ich auch nehmen. Ich schau ganz mal. Schau's. Dann... Mach die auch mal so. Das war ein bisschen zu wenig, oder? Okay. Ob du mich schwingst? Ich trage kein Make-up. In Florida, wo ich herkomme, da werde ich jedes Make-up direkt vom Gesicht runterfliegen, weil es da so heiß ist. Ja, in Arizona ist ganz... Ist ganz heiß, ja. Ja, ich bin wirklich von Arizona, deswegen steht immer im Zimmer Hotel Cactus. Was? Was? Ja. Ja. Nein, es ist... Es ist nix. Oh, ich glaub Charlie kommt bald von der Arbeit heim. Ähm... Ich koch ihm dann was zu essen. Ich koch ihm dann was zu essen. Mein Dad... Charlie... Das... Polizei-Sheriff. Vielleicht... Schon mal von ihm gehört? Ja. Ja. Er heißt so mit Nachnamen... Mich. Ähm... Ja. Ähm... Ja, ähm... Genau. Ähm... Montag in der Schule. Ich denke, dass ich hingehen werde. Ich... Ähm... Ich... Wann er da nicht wirklich lieber? Ja. Ciao. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf noch ein Roleplay schon gehen, hier bei meinem letzten Wednesday Roleplay vorbei. Oder wenn ihr lieber Lust habt auf ein Video zum Einschlafen, dann guckt gerne hier vorbei. Schaltet euch gut und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Unknown 2 5 6 6 Vielen Dank.